Der spanische Nachwuchs wird erwachsen. Und an diesem Wochenende steht für Leonor, 16, und Sophia von Spanien, 15, ein ganz besonderes Highlight auf dem Programm. Die Kinder von König Philippe, 54, und Königin Laetitia von Spanien, 49, begeben sich auf ihre erste Auslandsreise, wie das Newsportal Vanidadis berichtet. Im Auftrag der Krone geht es für die Geschwister nach London, wo sie in wichtiger Mission unterwegs sind, sie wollen dem Frauensport mehr Sichtbarkeit geben. Leonor und Sophia von Spanien, zwei Kronprinzessinnen im Fußballstadion am Samstag, 16. Juli, wohnt das Royale-Duo dem Spiel zwischen Dänemark und Spanien der UEFA-Frauen-Europameisterschaft 2022 bei. Das Spiel beginnt um 20 Uhr Ortszeit und wird im Londoner Brentford Community Stadium ausgetragen. Dabei geht es den beiden Geschwistern nicht nur darum, die eigene Mannschaft anzufeuern. Sie wollen sich gleichzeitig dem Frauensport mehr Sichtbarkeit verleihen. Damit treten sie auch in die Fußstapfen von Mama Laetitia, die nicht nur selbst sportbegeistert ist, sondern sich schon seit Jahren für Frauensport aller Art einsetzt. Leonor von Spanien, ihre Reise hat Symbolwirkung. Das Besondere, der royale Nachwuchs reist zum ersten Mal alleine. Aus Adelssicht ist der offizielle Besuch in London daher gerade für Kronprinzessin Leonor auch als wichtiger Schritt in der Ausbildung zur Thronfolgerin zu sehen. Leonor absolviert schon seit einige Monaten immer wieder Solo-Auftritte. Doch auch für ihre Schwester Sophia bedeutet die Reise ins Ausland ohne Eltern einen weiteren Schritt ins Erwachsenen-Dasein. Als Duo sind die beiden ohnehin unschlagbar. Und mit dem Fußballspiel wurden gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Die zwei blonden Spanierinnen kommen nicht nur ihrer repräsentativen Funktion nach, sondern haben dabei noch jede Menge Spaß. Sie sind gerade mal ein Jahr auseinander und gelten als unzertrennlich. Auch modisch sind die Schwestern Leonor und Sophia von Spanien immer perfekt aufeinander abgestimmt. Mit welchem Auftritt sie erst vor kurzem begeisterten, zeigen wir euch unten im Video. Du bist ja zu wöbel. Das Self